Liebe Fraßtanzerinnen und Fraßtanzer, sehr gerne nehme auch ich die Möglichkeit wahr, eine Videobotschaft an euch zu richten. Wer hätte sich noch vor wenigen Wochen vorstellen können, mit welcher Wucht und mit welchen Auswirkungen auch uns das Coronavirus und die damit verbundenen Einschränkungen in unseren Gewohnheiten, in unserem Alltag beeinträchtigen wird. Sind wir es nicht immer gewohnt gewesen und waren wir nicht immer der Meinung, dass so etwas bei uns nicht passiert? Diesmal wurden auch wir eines Besseren belehrt und das mit sehr einschneidenden Veränderungen in unserem Tagesablauf. Die Gemeinden wurden sowohl von Bundes- und Landesregierung immer sehr aktuell über die zu treffenden Maßnahmen auf Gemeindeebene informiert. Gemeinsam mit unserem Krisenstab haben wir immer versucht, die sehr massiven Auswirkungen auf unsere Lebensgewohnheiten auch zeitnah umzusetzen. Es ist mir ein besonderes Anliegen gewesen und wird es auch bleiben, Sie liebe Fraßtanzerinnen und Fraßtanzer über die unterschiedlichen Kanäle laufend zu informieren und über die Auswirkungen unsere Heimatgemeinde betreffend zu informieren. Die Qualität einer Gesellschaft zeigt sich darin, wie sie mit den Schwächsten oder am meisten Gefährdeten umgeht. In der Betreuung der Kinder haben die Eltern Großartiges geleistet und die Betreuung, wo immer es nur möglich war, auch wahrgenommen. Das Pflegepersonal im Sozialzentrum kümmert sich sehr liebevoll um die Bewohner und es wird von den Angehörigen sehr viel Verständnis für diese herausfordernde Situation, in der keine Besuche möglich sind, entgegengebracht. Mit Fraßtanz hilft wurde eine ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe zum Schutz der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger in kürzester Zeit umgesetzt. Aber auch jeder einzelne Mitbürger handelt sehr solidarisch und verantwortungsbewusst und setzt die verordneten Maßnahmen um. Nur so ist es uns gemeinsam möglich, die rasante Ausbildung zu verhindern und hoffentlich schon bald wieder schrittweise in unseren Alltag zurückzukehren. Ihnen allen gebührt mein großer Dank für das entgegengebrachte Verständnis und das Vertrauen in die richtige Umsetzung dieser Maßnahmen. Was bleibt zurück oder was nehmen wir mit, wenn wir in einiger Zeit auf die aktuellen Vorkommnisse zurückblicken werden? Was hat uns am meisten gefehlt? Welche Entbehrung war besonders schmerzvoll? Oder was haben wir vielleicht auch neu entdecken können? Jeder wird seine eigenen Schlüsse aus dieser für uns alle herausfordernden Situation ziehen und die eine oder andere Gewohnheit, das eigene Verhalten vielleicht auch hinterfragen und ändern. Halten wir uns konsequent an die verordneten Maßnahmen, nur dann wird es uns gemeinsam gelingen, die Ausbreitung zu stoppen und langsam wieder zur gewohnten Normalität zurückzukehren. Schützen Sie sich und schützen Sie die anderen und bleiben Sie gesund. Ihr Bürgermeister Walter Gomm